Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Lollipop Chainsaw Wir sind an der Cathedral angekommen und gehen mal da rein und schauen mal Was uns da so erwarten wird Also auf der Karte, zumindest auf dieser war es das jetzt glaube ich Das war das letzte sozusagen was wir freischalten konnten Mal gucken ob es danach auf eine andere Karte geht oder das Spiel schon vorbei ist Das ist so cool Stop it Help Boy will you quit messing around over there What? Me? He's distracting me dad Alright Due to you girls fine work It seems there's only one of these dark purveyors left So here's what we're gonna do Juliette, you attack from the front I'll take out the bastards from here Cordelia, you head this way And Rosalind, here Together we should be able to find this last bastard Got it? Yes daddy Yep Rosalind Check it out, I gave it a makeover I am not an it Son, if you don't quit acting like a fruit I'm gonna stick you in the juicer Now come on I can't take this anymore Juliette I'm just slowing you down Just leave me in the trash can okay Or a mailbox or something Because I don't want to go any further I'm not going without you I love you No you don't You just think it looks cool to have a boyfriend who's a decapitated head What about what I want? But what if the zombies find you? They love human face It's their favorite part That's a risk I'm willing to take Living like this sucks anyway No No? You can't just take me if I don't want to Yes I can Because I love you so much All right Let's get moving Yeah Kick some ass Come on guys Kick some ass Let's go Kill me already Ich bin wieder sehr Wirklich Die Zwischensequenzen und die Dialoge sind echt immer super Da braucht niemand was zu sagen Die sind echt witzig Okay Ist der eigentlich noch mal geschminkt? Ne schade Der ist jetzt nicht geschminkt Kein Problem Alter Blöder Sack Die Typen mit ihren Gitarren sind echt behindert Das wird hier schon ein bisschen anspruchsvoller wenn man mal vielleicht hingehen würde und Diese blauen Dinger zertritt Aber leider haben die nur ein paar Leute gefreezt Heute müsste jetzt noch mal hierhin mitkommen Alla walkige Kamera Die Gitarren Ladies kriegt mich nicht Okay das war's sehr schön Okidoki gibt's irgendwas schönes Oh es gibt gar keine neuen Klamotten Egal wir haben eh schon ein cooles Outfit Heilige Kettensäge Der tödlichste aller Kettensägeangriffe Ja ich dann wird es wahrscheinlich das letzte Level sein Kann ich mir zumindest doch sehr gut vorstellen Okay voll teuer Auch mega teuer Dann warten wir einfach ab Dann können wir uns nachher zumindest das Fruchtdrehen Frucht Das Crepe kaufen Ich hoffe, dass du alles ausprobierst mit deinem Freund Ich denke, wir können, wenn er zuhörst sein Hey Ich bin der, der zuhörst Ich werde dich unterhörst bis ich ausmacht Los geht's Ey, Alter, jetzt Man merkt schon, dass das Spiel anzieht Also im letzten Level Ist zumindest Also empfinde ich zumindest so, weil Erstmal sind das wirklich viele Gegner Und zweitens dann auch noch Viele Gegner Ah, bockige Kamera Viele Gegner mit Beziehungsweise Ein paar Gegner mit recht viel Leben Ja, ich weiß Hab ich gemerkt Wow Wartet mal, ich hab ne Idee Okay Okay Die Idee war doch nicht so toll Wie ich gedacht hab Boah Boah, Gott Oh, Gottes Willen Okay, der ist tot Good luck, Sis Hallo Danke Ich wollte mich gerade nicht bewegen So Da ist so ein lustiges Ding zum kaputt machen Wir haben fünf Lollis Nehmen wir den nach vorne mal mit Wieder Ich kann auch gar nicht Ich kann auch gar nicht sehen Wie traurig der ist Verstehe ich jetzt gerade nicht Müssen wir jetzt Achso Okay Ich verstehe Ich wollte mich gerade sagen Ich verstehe gerade nicht Ob wir jetzt Sozusagen überleben müssen Bis jemand kommt Oh Fetter Boomer Find ich nicht so geil Boah, du wirfst Zombies Wie bist du denn drauf? Hör mal auf mit Zombies zu werfen Blöder Sack Kein Problem Mein Freund Da ist schon wieder Ein lustiger Verdammt Ey Ja, ist klar, Mann Komm mal, klar Jo Kein Problem Nein, nein, nein Lass mich doch mal los Ne, überhaupt nicht Okay Okay Dann, wir haben nicht genug Lustige Blaster Munition Oder Blaster Nein Lass mich doch in Ruhe Übertreibt sie einfach mal, Leute Ist schon klar, dass es das letzte Kapitel ist Aber trotzdem Boah, Gott Ja Okay Du jetzt bitte auch noch Hallo Ich weiß, dass du mich angreifen wolltest Okay Das war's jetzt endgültig Mit diesem scheiß Umschrauber, Mann So Die So Da vorne ist nochmal Am Blaster Ah, wir sind eh voll Okay Ah, jetzt Ja, hier müssen wir jetzt Y an drücken Komm her Aber jetzt müssen wir uns auch noch beeilen Oh, Gott Wir sind mal wieder so drei Milliarden Zombies Boah, das sind vor allem die krassen Oh, Gott Boah, Leute Was zur Hölle Den töd ich einfach so Okay Geht Nein, 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 nein Lass den mal in Ruhe, den armen Mann So, bist du tot? Nein, du bist natürlich nicht tot Ja, seid ihr behindert oder so Wow Chill mal ab Verdammt Lass mich doch in Ruhe Ich glaube nicht, dass sie das noch können, meine Freunde Boah, jetzt merkt man wirklich Also Auch so in Richtung, dass ich mehr Lawless benutzen muss Also Sonst eigentlich nicht so krass Aber jetzt auf jeden Fall Da ist aber direkt ein neuer Lolli Und noch so eine Karte Im Endkampf können wir dann mal auch unseren Kumpel da einsetzen Wenn es sich anbietet Weil wir den jetzt schon so lange nicht mehr benutzt haben Okay Ich habe schon gerade gedacht, die hätten Kettensägen Das wäre ein bisschen Ey, Leute Das halt mal so Boah, sind das viele Diese nach unten Attacke Ist übrigens auch sehr effektiv eigentlich Wenn ihr denen die Beine abschneidet Können die nämlich gar nichts mehr machen Wenn man natürlich dabei permanent unterbrochen wird Weil es nicht so lustige Zombies auf den Sack gehen Ist hier auch sehr ineffektiv Das finde ich sehr cool jetzt gerade Dass die uns die ganze Zeit so ein bisschen unterstützt Sag ich jetzt mal Okay Da gibt es nochmal so was Neues Wow Sag doch mal was Hilfe Spring mich ruhig an So War es das Nehmen wir mal hier Wieder einen Lolli mit Ist halt eh egal Ob wir jetzt zurückkommen oder nicht Weiß ich halt vorher nie Deswegen Bar Das war echt eklig irgendwie Naja Ich bin ja Ich bin halt nicht so schnell wie du Boah Übertreibt es mal Scheiße Ich kann Schön Dass die Kamera mal wieder nicht spackt Ich bin echt glücklich Deswegen Boah Die Polizisten Hauen mir was Die Polizisten Hauen mir ganz schön was weg Ey Die unterbrechen mich Bei jeder Verdammten Attacke Oh Gott Danke Endlich Heilige Scheiße Wow Ciao So geht es nämlich auch sehr effektiv Äh Ja Te Ich bin Ja Ich bin 've